Also Benni, ich muss wirklich vorsichtig sein jetzt bei der Sendung. Nicht, dass ich in so einen missionarischen Ton verfalle. Okay. Ja, es geht mir um ein Thema, das mir wirklich so wichtig ist, dass ich aufpassen muss. Geht es um die Mondlandung? Nee, die Amerikaner. Dass die Amerikaner auf dem Mond waren, geschenkt. Und die Jungs waren übrigens Geimpften, darum geht es mir nämlich. Bist du geimpft? Ja, selbstverständlich. Ja, dann haben wir es doch. Wir sind zwei Geimpfte und es kann nichts passieren. Aber es gibt halt Leute, die sind der Meinung, man müsse sich nicht impfen lassen, beziehungsweise man bräuchte auch seine Kinder nicht impfen zu lassen, weil, ja, das sei zu gefährlich. Okay. Ja, es gab nämlich dann vor einigen Jahren eine Veröffentlichung, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, Masern, es gab ja jetzt eine Masern-Epidemie in Berlin, aber auch in Amerika, da grassieren die Masern. Und zwar deshalb, weil immer wieder Bevölkerungsanteile aus anderen Ländern zum Beispiel, aber auch aus den Ländern selber, auch Bevölkerungsanteile treffen, die nicht durchgeimpft sind. Und dann verbreitet sich das Virus und zwar im Affenzahn. Zack, 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 zack. Und dann ist es eben soweit. Und so gab es eben vor einigen Jahren mal eine wissenschaftliche Untersuchung, die dann aber zurückgezogen wurde. Aber das weiß eben niemand, wie das so ist. Da gibt es also dann so eine wissenschaftliche Schlagzeug. Masern kann zu Autismus führen. Hat sich als völlig falsch herausgestellt. Die Impfung. Ja, Masern-Impfung kann zu Autismus führen. Hat sich jetzt völlig falsch herausgestellt, aber ist eben so übrig geblieben, wie dieser berühmte Satz, Jung, isst Spinat, da ist viel Eisen drin. Auch Quatsch. Manchmal braucht es Jahrhunderte, bis so ein Missverständnis dann ausgeräumt ist. Und hier ist es genauso. Heute hochinteressant, dass es tatsächlich eine Bevölkerungsgruppe in den Industrienationen gibt, die sozusagen soziologisch festgemacht ist, Wie sieht der typische Impfgegner, der typische Impfgegnerin aus? Das sind Männer und Frauen um die 40. Mittelschicht. Gute Jobs. Beide waren an der Uni. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Aber die Situation ist zunächst mal psychologisch hochinteressant. Es handelt sich dabei um Menschen, die sehr wohl sehr gut informiert sind und die deswegen der Meinung sind, dass ihre Informationsquellen, zumeist aus einem Bereich, den wir gerne das Zwischennetz nennen, also das Internet, dass also diese Informationen dort natürlich völlig korrekt sind. Bestätigungen der eigenen Vorurteile führen dazu, dass die Vorurteile noch weiter bestätigt werden. Und auf diese Art und Weise entwickeln Personen eine Kompetenz, eine vermeintliche Kompetenz, die ihnen aber gar nicht zusteht. Und alles Gespräche mit Medizinerinnen und Medizinern, die also wirklich kompetent sind in einem Gebiet, die werden dann häufig bei der Auseinandersetzung, hat man das damit zu tun, ja, dass gegenseitig Verschwörungsvorwürfe gemacht werden. Also kurzum, die Impfgegner sind der Meinung, das Kind müsse A, durch diese Krankheiten durch, es würde sie in irgendeiner Art und Weise abhärten. Das ist sozusagen die esoterisch-ideologische Variante. Die andere Variante ist, ja, diese ganzen Impfungen, das ist ja sowieso nur eine Verschwörung der Pharmakonzerne. Und die Ärzte, die würden mit diesen Pharmakonzernen alle unter einer unglaublichen Decke stecken, unter die dann, wenn nötig, wenn denn dann mal irgendein Risiko da wäre, dann würde man das auch unter diesen Teppich, unter dem sowieso alle stecken würden, würde man diese Risiken dann irgendwie verschwinden lassen. Das ist alles Blödsinn. Aber man kommt nicht drum herum. Jeden Tag sterben auf diesem Planeten 400 Personen an Masern. Das mal vorneweg. Das ist keine Krankheit, die man mal so eben einem Kind zukommen lässt, nach dem Motto, da musst du durch. Alles, was nicht unmittelbar zum Tod führt, macht nur noch härter. Das ist Unsinn. Das ist eine sehr gefährliche, außerordentlich gefährliche Krankheit. Das muss nicht sein. Und da bin ich eigentlich erstmal bei meinem Punkt. Erstens. Warum lässt man sich heutzutage überhaupt impfen? Naja, um sich zu schützen. Um sich zu schützen. Kinder treffen diese Entscheidung nicht, sondern Eltern treffen diese Entscheidung für ihre Kinder. Weil sie möchten, dass ihre Kinder geschützt sind. Und es ist ja wunderbar, wenn man den Grund kennt, wie man jemanden schützen kann. Also wenn man weiß, wie man jemanden schützen kann. Das ist ja gar nicht so einfach. Am Ende der Sendung wird nämlich der Gedanke stehen, und den sollte man nicht, wirklich nicht vergessen, dass wir uns gegen Infektionskrankheiten grundsätzlich nicht so schützen können, dass die für immer ausgerottet sind. Wir müssen uns immer anpassen, weil sich nämlich diese Infektionsherde, in dem Fall die Viren, sich eben auch weiterentwickeln. Also, wir haben eine Möglichkeit, unsere Kinder und uns selber durch eine Impfung zu schützen. Schön. Das ist erstmal ganz Ego, 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 Ego. Ich. Me, myself and I. Ich, ich, ich. Oder eben meine Kinder. Wunderbar. Schön. Aber da kommt noch was dazu. Dadurch, dass ich mein Kind impfen lasse, schütze ich nicht nur mein Kind, nicht, sondern ich schütze damit auch die Kinder, die in der Nähe meines Kindes leben, mit denen es zusammen spielt und so weiter. Da könnten ja zum Beispiel welche dabei sein, die sich nicht impfen lassen dürfen. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es vielleicht Allergien und so weiter und so fort. Es kann auf jeden Fall immer passieren, dass in einer Spielgruppe, dass in einer Gruppe von Kindern Kinder dabei sind, die sich nicht impfen lassen dürfen. Und deren Schutz hängt nun davon ab, wie hoch der sogenannte Durchimpfungsrate ist. Man spricht dann vom sogenannten Herdenschutz. Das heißt also, die Herde stellt sich insgesamt um dieses eine oder um die mehreren ungeschützten Individuen. Und dadurch, dass die Herde drumherum da ist, können eben Gefahren nicht so auf diese ungeschützten Individuen eindringen. Das heißt also, es gibt verschiedene Ebenen, die man beim Impfen bedenken sollte. Erstens, da ist man ganz klar als Eltern, ich lasse meine Kinder schützen. Wunderbar. Zugleich wird dadurch, dass mein Kind geimpft ist, auch die ganze Gruppe mit geschützt. Das Risiko, was dabei eingegangen wird, also das Risiko, das mit dem Impfen zusammenhängt, ist minimal im Vergleich zu dem Risiko, dass zum Beispiel so eine ganze Gruppe von Kindern sich an Masern erkrankt. Und das müssen wir einfach mal im Auge behalten. Aber wieso kommt es eigentlich dazu, dass aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert der Meinung sind, dass hinter dem Impfen irgendwas anderes stecken könnte, als tatsächlich der Wunsch, Mitmenschen von uns zu schützen. Ich habe da eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass es tatsächlich so etwas gibt im 21. Jahrhundert wie erstmal eine Sättigung, dass wir überhaupt nicht mehr verstehen, wovon eigentlich die Rede ist bei wirklichen epidemisch ausbreitenden Krankheiten. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Also in den Industrieländern gibt es ja ganz, ab und zu gibt es mal eine Epidemie an Darmgrippe. Und da wissen wir alle sehr genau, was so ein Virus mit uns anrichtet. Wo man dann sich meistens aufhält. Dagegen kann man sich allerdings nicht impfen lassen, weil diese Darmviren, die verändern sich so schnell, so schnell kann man sich nicht mal einen Impfstoff aussuchen. Und vielleicht tut es ja dem einen oder anderen auch gut, in Anführungsstrichen. Das sind aber auch die einzigen epidemischen Erscheinungen, die wir kennen. Ist doch wahr. So, dann gibt es noch den Grippevirus. Dagegen kann man sich impfen lassen und sollte man eigentlich auch tun. Es ist nämlich gar nicht notwendig, sich dieser erheblichen Krankheit auszusetzen, dieses Risikos auszusetzen, an Grippe zu erkranken. Muss man eigentlich nicht machen. Aber ansonsten haben wir doch schon lange gar keine Epidemien mehr erlebt. Was wir allerdings immer wieder hören, sind diese Einzelgeschichten von, dass irgendjemand bei irgendeiner Impfung irgendein Risiko eingegangen ist, was dann tatsächlich zu einer Krankheit geworden ist. Aber das ist so selten, das ist in der Nord-Ost-Kurve der gaussischen Normalverteilung, ganz, ganz, ganz hinten, wo die Zahlen praktisch gegen Null gehen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Einschätzung mehr, was ist eigentlich eine Mücke und was ist ein Elefant. Übrigens, Elefanten neigen zur Herdenimmunität. Die schützen ihre Kranken, Kleinen und Alten. Also das ist erstmal das eine. Das andere ist aber noch was anderes, das geht ein bisschen tiefer. Die Frage nämlich, was ist Medizin? Was ist eigentlich Medizin? Was machen die da? Wir sollen heilen, Krankenheim heilen, vorbeugen. Aber jetzt machen wir es mal ganz naturwissenschaftlich. Ist die Medizin, hat die Medizin einen naturwissenschaftlichen Anteil? Ja, es gibt ja Leute, die meinen, die Medizin, das sei eine Heilkunst. Ist sie auch. Aber sie sei nur das, dass man praktisch durch blankes Ansehen den Patienten schon irgendwie richtig gut diagnostizieren kann und so weiter. Reden wir jetzt mal über die Medizin, die wir gerne so als Schulmedizin verunglimpfen eigentlich. Dabei heißt es nur, man kann sie an der Schule richtig lernen. Das heißt, das ist ein transparentes Verfahren des Erkenntnistransports, des Informationstransports von den Lehrenden zu den Studentinnen und Studenten. Deswegen heißt es Schulmedizin. Alle von uns könnten da hingehen und könnten dabei sein, wie Medizin unterrichtet wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Heilverfahren, wo praktisch nur zwei Personen, nämlich Heilerin oder Heiler und jemand, der das lernt, auf irgendwelche mirakulöse Art und Weise unterrichtet wird. Hier haben wir es mit einer klaren, medizinischen, transparenten medizinischen Einrichtung zu tun. Schön. Und was steckt dahinter? Natürlich die Vorstellung, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Sonst würden zum Beispiel die Aufnahme von Medikamenten, die ja nichts anderes sind als eine besondere Form von Materie in einer molekularen, atomaren Struktur, die würden ja bei uns gar nichts verursachen. Wenn es also nicht so wäre, dass ein medizinisch indizierter Stoff in uns was anrichten kann, positiv, hoffentlich, aber natürlich auch negativ, Wirkung und Nebendirkung, dann wäre ja der Zusammenhang zwischen uns und der Natur gar nicht gegeben. Es scheint aber offenbar Menschen zu geben, die meinen, es würde noch sehr, 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 sehr viel mehr darüber hinaus geben. Und gerade bei den Impfungen handelt es sich ja um einen Anteil, wo ich immer gern sagen würde, das ist der richtige determinierte Anteil. Wir kennen das ja, determiniert, man kann etwas voraus berechnen. Wie zum Beispiel hier vor einigen Monaten die Rosetta-Sonde, die diesen Kometen angeflogen ist. Nach zehn Jahren ist er genau da hingekommen, A, der Komet und B, die Rosetta-Sonde. Das nennt man Determinismus. Man kann genau voraus berechnen, was passiert. Wunderbar. Das ist in der Medizin leider Gottes nicht immer der Fall. Im Gegenteil. Da gibt es große Bereiche, da muss man ausprobieren, da gibt es viel Statistik. Aber bei den Impfungen, bei den Impfungen, da weiß man genau, was man macht. Ganz genau. Man weiß ganz genau, was da passiert und welchen durchschlagenden Erfolg das hat. Es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel Pocken weitestgehend auf dem Planeten ausgestorben sind. Durch eine globale Impfmaßnahme. Und das wird hoffentlich in Zukunft noch so weitergehen. Das heißt, alle diejenigen, die sich da verweigern, die einfach aus welchen Gründen auch immer der Meinung sind, es würde sich um pharmazeutische Verschwörungen handeln oder aber um wichtige Abhärtungsmaßnahmen für ihre Kinder, die machen einen riesigen gedanklichen Fehler. Wann wissen wir schon mal in der Natur, was genau Ursache und was Wirkung ist? Die Impfungen sind eine der ganz großen Erfolge der Medizingeschichte. Dass man identifiziert hat, was ist die Ursache und wie kann man dieser Ursache entgegenarbeiten. Es ist schon kompliziert genug, dass wenn die Ursache Viren sind, wir es mit einem Gegner zu tun haben, der sich eben pausenlos verändert. Obwohl er eigentlich kein eigenes Lebensrecht hat, weil er immer einen Wirt braucht, in dem er sich dann vermehrt. Aber wenn er den mal gefunden hat, dann gibt es kein Halten mehr. Diese Ministrukturen von etwas, was man noch nicht leben, aber auch nicht mehr einfach tote Materien nennen kann, diese Ministrukturen sind ja das Aktivste, was wir auf unserem Planeten überhaupt kennen. Wenn die die Gelegenheit haben, was auszuprobieren, dann machen die das. Aber wie? Ich will gar nicht von dem Ebola-Virus reden, der jetzt in Afrika ja Tausende und Abertausende von Toten gefordert hat. Der hat auf dem Weg von Zentralafrika nach Westafrika fast über 200 Mutationen, knapp 200 Mutationen hinter sich gebracht. Davon brauchen wir gar nicht zu reden. Hoffen wir, dass uns sowas in Europa und Industrienationen nie passiert. Reden wir nur über die normalen Viruskrankheiten, die wir aus dem europäischen oder überhaupt in dem europäisch-amerikanischen Bereich kennen. Da gibt es keinen Grund skeptisch zu sein gegenüber Impfungen von Masern und vielen anderen Krankheiten. Es gibt keinen Grund, die eigenen Kinder einem Risiko auszusetzen, was unnötig ist. Und es gibt vor allen Dingen auch keinen Grund, den Schutz der Herde zu vernachlässigen. Schauen wir ein bisschen über unseren eigenen Horizont hinaus. Schauen wir ein bisschen über unsere eigene Wohnung hinaus, sogar über unser eigenes Viertel hinaus. Das kann doch nicht wahr sein, dass zum Beispiel in der Hauptstadt Berlin ausgerechnet in den besten Wohnlagen, da wo die gesichertsten Verhältnisse sind, die niedrigsten Durchimpfungsraten sind. Für einen richtigen Herdenschutz braucht man 95 Prozent. Wir reden hier also nicht über Kleinigkeiten, sondern über was richtig Wichtiges. Nicht über die Mondlandung, sondern über Masern. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020